Thomas, alles ist gut. Thomas! Wacht auf, wir müssen los! Hinschirm! Die Welt da draußen hängt an einem seidenen Faden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das Brandvirus den Rest von uns auslöscht. Diese Einrichtung wurde geschaffen, um euch Schutz zu bieten. Wo bringen sie sie hin? Die verheimlichen etwas. Diese Leute sind nicht, was sie vorgeben. Thomas, was hast du gesehen? Wir sind nie entkommen. Es ist wickert. Das war alles Teil ihres Plans. Ich habe wirklich nur eine Frage. Auf welcher Seite stehst du? Lauf! Thomas! Das Labyrinth ist das eine, aber da draußen in der Brandwüste überlebt ihr nicht einen Tag. Thomas! Irgendwas ist in uns, das Wicked haben will. Sie dürfen uns nicht finden. Ihr müsst nicht mitkommen, aber ich weiß, wir können es schaffen. Kommt schon, hier nach! Ist lange keiner mehr durch die Brandwüste gekommen. Weg hier! Los! Schnell, schnell! So viele wurden zurückgelassen. Ich will nicht auch so enden. Hallo, Thomas. Du kennst mich? Unsere Freunde sind gestorben, damit wir so weit kommen konnten. Deshalb dürfen wir nicht aufgeben. Oh, 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 oh! Es geht um alle, die Wicked umgebracht hat. Sie werden nie aufhören. Darum muss ich sie aufhalten. Willst du nicht wissen, warum das alles passiert ist? Raus hier! Du bist der Wahrheit schon so nah. Brenner! Festhalten! SWISS TXT